Einen wunderschönen guten Tag, der allererste Tag vom Camp. Wir haben gerade die Teilnehmer vom Flughafen abgeholt. Wir sind jetzt hier in einem wunderschönen Spa in Südafrika. Entspannen ein bisschen, die Teilnehmer können ein bisschen runterkommen und dann fahren wir später in die Villa und dann geht es richtig los. Alle sind mega gut drauf und alle haben mega viel Energie. Rock'n'Roll! Ja, was soll man sagen, ne? Ich meine, wir sind jetzt hier auf dem schönsten Weingut aller Zeiten, was man sich für heute vorstellen kann. 24x7 Awesome Arrival Day und wir sind hier bei Landse Rack. Es gibt einen geilen Pool, es gibt geiles Essen, geile Getränke. Für mich immer das wichtigste Kaffee, literweise. Coole Terrasse, es gibt Weingüter, Trauben und wir genießen jetzt heute den Tag und heute Abend geht es dann zum Check-In in unsere 24x7 Awesome Fitness Villa. Also, ich bin schon sehr, sehr viel verreicht. Ich war schon in sehr vielen verschiedenen Ländern und es kommt sehr, sehr selten vor, dass mir die Worte fehlen, aber ich kann kaum was sagen, absolut gigantisch, mega, mega, mega. Ich kann es gar nicht anders in Worte fassen, nein, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Es ist einfach die krasseste Villa, die ich je gesehen habe. Und das auch noch für alle Teilnehmer, es ist absolut episch. Wir kochen den Teilnehmern jetzt noch was Leckeres, während sie sich ein bisschen frisch machen und ein bisschen entspannen. Dann gibt es noch ein paar nette Gespräche und noch eine kleine Einführung und dann geht es ab ins Bett, weil ich glaube, alles ist ziemlich kaputt. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.